Ich freue mich, Ihnen mit Trade2Go einen völlig neuen Service anbieten zu können, nämlich Nachrichten auf Ihr Smartphone, wo immer Sie sind, wann immer Sie wollen. Sie bekommen von uns Voice-Nachrichten, Screenshots, Videos, was immer es sein mag. Unsere Trading-Ideen, die wir aktuell haben, welcher Markt ist hot, welchen fassen wir im Moment nicht an, wo gehen wir rein, wie gehen wir mit Stops um beispielsweise. All solche Fragen beantworten wir, wo immer Sie sind, wann immer Sie wollen. Deshalb melden Sie sich an, über unseren Sponsorpartner ATFX haben Sie die Möglichkeit, das drei Monate völlig kostenfrei genießen zu können, viele Trading-Ideen mitzunehmen, viel Know-how aufzubauen, Fragen zu stellen, wenn Sie dann mögen. Dürfen Sie Fragen zu bestimmten Märkten oder zu bestimmten Instrumenten, zu bestimmten Handelssituationen stellen, wie man damit umgeht. Und wir werden das Ganze sammeln und dann eben gemeinsam dann beantworten. Insofern viel, viel Know-how, wo immer Sie sein wollen. Ich freue mich, wenn Sie mit an Bord sind. In diesem Sinne Ihnen alles Gute. Bis bald. Bis bald.